Hallo meine Liebenfreude und herzlich Willkommen. Ja, den können wir einladen. Ich bin ein Polo. Welche Arena-Ding bist du? Oh, sie ist zwischen 5 schon. Sind wir bei Max hineingau oder? Ja, nein. Hm, sag mal. Ist Marcellon da? Hallo meine Liebenfreude und herzlich Willkommen. Hallo meine Liebenfreude und herzlich Willkommen. Ich bin ein Polo. 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 Du bist ein Polo. Ich bin ein Polo. Ich glaub unser Stream ist grün, Digga fragt dich gut, der Streaming-Zustand bei zwei Leute anzugucken. Okay, geh mal nach Pavardies Palms, oder? Geil, ne V-Tistel. Psst, der Eis-Epper! Der Hefti ist mein... Hat das jemand gesehen? Ich glaub nicht, ne? Ich glaub nicht, ne? Ich glaub nicht, ne? Das ist doch scheiße! Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, ne? Ich glaub nicht, ne? Kann man den auch rüber machen? weil der ist irgendwie für mich zu... Ich muss höher spielen. Ja. Ja, mach den bisschen runter, oder was? Na, kann man mal hin, shift nicht. Absolut. Ja, jetzt passt es. Perfekt. Ja, jetzt kommt es. Ja, jetzt kommt es. Ja. Völlig los der Junge. Was ist das? Na, schieben. ja so, wenn man essen tut, darf man nicht ins Handy gehen mit dem Tisch manieren oh geil ne, ich erspfe es nicht so, wenn die 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 Okay. Oh ne, der Bruch ist drüber geflogen. Vielleicht hier dann auch geguckt, dann mal nach vorne, dann fällt die da nach rein. Hm? Ja, aber ich will kills machen. Okay. Okay. Zapp. Ich werde die Dingshock ist und die Snape kann nicht liegen lassen. Ich werde die Dingshock. Ich werde die Dingshock. Okay, ist da denkbar richtig, dass da richtig rein slattet, weil da die ganzen Tasten dauernd sind. Ich werde das bei mir gar nicht mehr, wenn ich Tasten drücke. Und ja, meins drückt ja irgendwie, also weiß ich wie das bei mir ist. Es passt sich halt irgendwie an und dann ist meine ganzen Ohren zu. Ja. Ich glaube der hat Death geschossen. Schau mal was Death geschossen hat. Ach du ja, du musst ja noch essen. Und da müssen noch irgendwo welche sein. Gibt's ja nicht. War's Dave. Ja. 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 Ich geh ja gleich wieder raus. Ich mag Golden, es geht ja echt gar nicht. Gar nicht so nett, dass der Gegner ist. Hä? Ich bin weg. Wenn die Roller wieder steigen, wir umführen. Aber schön, bleib gleich. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich habe das Gefühl, dass ich das Klappe habe. Oh Gott. Das war's für heute. 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 Das ist unten am Handgelenk. Äh, ich hab für dich ne ähm, Ding und zwei Minis. Okay. Das Ding nehme ich gern und zwei Minis auch. Alter, ich hab grad noch hinten ins Gesicht bekommen. Ja, ich hab auch so fies. Okay. Aber ich, der, ich glaub, der kehrt das nicht. Kannst du auf dem Punkt, der aufs Dach aufs Mal schießen? Oder? Ja, warte, komm rein. Warte, ich warte, ich warte, ich hab zwei Leute. Ich hab mal auf dich. Ich hab 1,35. Hab Schirr-Bubble bei dir. Ah, da. Geh raus, ich wirf dann gleich noch mal eine. Komm. Oh, Ehre. Digga, der Carry ist wieder read, Alter. Ja. Komm schnell. Aber neun Apfel, ich hab neun Apfel. Warte, ich kann mir noch kurz äh... Sehr geil. Und oben liegen die Minis. Warte, ich wirf sie hier hin. Dann geh ich nach oben und hol dich schnell. Ah, die Leute, was mein Gott. Ja, ja. Okay. Carries wieder read. Schnell bevor die kommen. Dann kriegen die erstmal mein Schallgedämpft Pistolen-Laser. Hast du noch? Ah ne, passt echt. Egal, das ist so ein krasser Spot hier. Guck mal. Stimmt, Alter. Da bin ich noch nie drauf gekommen. Aber beide Hardscopen. Wir haben hier so einen Halbautosniper. Wir sind beide tot. Ich schau mal da hinten, ob ich irgendwas. Ja, ich brauche auch noch Loot. Ich brauch nur noch einen Loot. Ich brauch nur noch einen Loot-Drop und muss danach dancen. Oder du kannst den auch aufmachen. Ich hab's eh aufgerufen. Dann hab ich den DJ Jono an weiß. Und der schaut halt damn sick aus. Richtig perfekt, ja. Nein, richtig Porno. Ich weiß gar nicht, warst du da auch dabei? Da ist dann einer reingekommen. Die P-Gags ist richtig Porno. Ja, oder? Bist du neben grad, gell? Ja. Ja, dann würde ich das rausschneiden, weil sonst kriegst du Bann. Ach nein. Das Wort da. Das kleine Möhrchen da. Schießt die auf dich oder schießt du auf die? Ja, die schießen sonst irgendwo random hin. Ah, die sind da. Die sind jetzt da. Ich kann nicht mal mehr gescheit markieren. Ich komm nicht auf Z. Nein, ich komm nicht auf Z. Ja, bei dem Haus ist einer Schildbreak. Äh, ist schwierig, aber geht schon, ja. Ich hab die Feiten grad, dann pusht der zu denen drüber. Ich hab 25 HP. Hat 3, 1 hat 33. Oh mein Gott, ist der Typ los. Hat, hat 9 und 30 auf weiß. Einer. Ich hab, ich hab grad immer ein Fest. Hab einen noch. Nice. Ja, okay. Er hat ne Schottgang, keine Chance. Und ich kann nicht gescheitieren. Ach, der Ekelhafte. Glaubst du, ich schaff das mit meiner Rata? Der Rata? Keine Ahnung. Der hat halt ne Pass. Oh, da kannst du versuchen auf den Loot-Drip. Ja, wobei. Ne, versuch. Lass es dann nächste Runde probieren. Ja, schau mal, ob du es schaffst. Ne, schieß nicht, schieß nicht lösen. Zu schwer. Weil sonst könntest du probieren, dann wieder die Karte zu holen und dann doofzuziehen, weil ich glaub nicht, dass der bei meiner Karte hofft. Ja, toll. Oder musst du aufpassen, aber. Ob der da hockt, aber sonst könntest du dir ja nehmen und durchziehen. Neul hat noch ne Tech. Soll ich dich hier wiederbeleben, glaubst du es gerade schaffe ich? Ne, ne, mach, mach den Ding. In Polo oder Schiffki oder so. Möglich. Also, oder willst du es hier probieren, kannst du auch? Ja, oder lass hier probieren und dann einfach wegrennen. Oder? Mir schaut einer. Achso, du bist es. Hallo. Wie geht jetzt dein Körper? Okay. Na in's Welt, na in's Welt. Sofort, na in's Welt. Okay. Na in's Welt. Na in's Welt. Die kommen gleich da, im Maisfeld sind sie. Oh ja. Jungs, ich hab ne Schiene, bitte mich nicht angreifen. Hey, komm doch in's Welt. Hey, was machst du? Hey, was machst du? Ich hab 10 HP. Ich weiß auch nicht, was ich grad mach. Ich zieh einfach durch. Bruder, maus los. Ich hau ab, okay, kannst du auch irgendwie durchziehen? Ich mach's. Ich mach's. Äh, Heiden Sieg Balses. Keine auch weg, wenn du kannst. Ich bin da bei dem Pferdestall. Hab ein. Hab ein Nock. Hab beide. Ich komm. Haha, Legende. Legende. Ja, alle mit Verräumer, Digga. Easy end. Alter, hast du die zerstört? Ich hab 10 HP. Let's go. Ah, der, Digga, da liegt meine Skali, willst du die Skal haben? Ich will Pumpgun mun. Hast du was? Äh, Pumpgun mun. Ja, 19 Schuss hier. Ich hab hier keine Pumpgun. Hier kannst du alles helfen. Doch, da oben liegt ne Tag. Okay. Hier. Ah, Bennys. Hier. Ey, ich kann nicht Bennys. Mal. Jetzt hat's. Na, der mit dran wollte. Also, war über geendet. Aber hast du ein Trumpfeld? Nein, nein. Ich bin ne Falle. Ja. Okay, dann sollten wir vielleicht dann loslaufen. Dann sollten wir vielleicht in die Zone gehen, ja. Da liegt noch Pumpgun mun. Ich hab da noch viele gebraucht. Die waren eigentlich gar nicht. Aber bräuchten jetzt so. Der eine war auf einem Schuss Nock und der eine war auf zwei Schuss Nock und der andere mit einem Schuss Stone. Aber zum Glück bist du mir nicht weit so gelaufen sonst wäre ich jetzt so tot. Ja. Weil ich hab 700 Holz, willst du bisschen was haben? Na ja, ich geh. Ja gerne, ich hab 200. Ja, ich geh. Ja. Ja, ich geh. Du hast das nicht. Also, du kannst es gar frei auch wieder haben, ne? Ich hab sie schon. Ach, du hast schon eine, okay. Ja, die Schali, aber ich bin. Ich bin. Ich bin Schali. Mit Schali in der Maschine. Okay. ich mag jetzt mal was ausprobieren wenn ich jetzt schiff ab doch man bekommt immer noch schaden wenn man eine schiff ab in der sonne so muss aber glaube ich es baut immer falsch es baut falsch ich hab grad 5.000 verschwendet ja ich es geht mit der schiene halt nicht das ist so leicht hast du euch nein die messe noch nicht die meds ja was ist halt jetzt nicht mehr viel habe ich doch trotzdem mal die hälfte damit ich sonst hätte ich es nicht überlebt ich hab so auch nur 34 ja wir müssen wieder so weit die zote egal das ist aber das geht da drauf und er kommt zu mir der kommt mir okay ich musste nein jetzt hat er komplett ich bin so ein bot er hat so low life egal die holst du noch der der ganz sich gerade drinnen ein mini nur wer hat ja 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 schöner laser alter ich hab keinen aim auch von der seite auch noch ja das sind ganz andere wenn er deine boi kriegt will editier einfach auf und gib ihm den one pump wenn er deine boi kriegen will editier einfach auf und gib ihm den one pump nicht mehr auch jetzt weißt du was als 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 geier weil er hatte die hände oder haben jetzt richtig schöner one pump ins gesicht einer p ja egal sein mit freunden und sind die letzten zwanzig aber ich hätte schon zwei stück weiß ich bin der rucksack Raja Rucksack okay warte ich bin mal anders geht ich hab die jahre so lange spielen werden wir auch nicht mehr mit und ich noch glaubt er wieder preiske 4 3 und das soll ich hätte einladen hat mich gerade erweitet ich habe jetzt sofort mit Musik an best songs for player fortnite battle royale gaming music mix fortnite music ich glaube da wird bald nicht du kannst halt immer meinen suchverlauf sehen ne jakob wenn ich hier oben was eingebe also definit nix mehr da eingeben weil du weißt ja nie was ich schon hab du hast vielleicht eine Mucke eigentlich du 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 wow 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 ja wow ich spiel die Mucke die ist voll im Weg die Schiene wir machen zwei Loser Dancer finde ich gar nicht schön zeige es raus Loser Dancer geht ja gar nicht man kann mir ein bisschen defensiv lassen dass ich den in weiß bekomme also dass wir einen Loser holen können wollen wir Pressure oder so jo weil dann wenn einer kommt können wir da direkt hinfliegen ich schreck mich echt Digga was sie mit dem Ding machen wollen mit den Robotern das ist das Playlist wo immer tiefjohn hat ja wenn genau da ein Roboter reinfliegt genau in das Rift alter wer es wirft ja von Ludwig ach so das wäre richtig lustig ja um diesen Endskin da in rot zu bekommen musst du ja jede Herausforderung von sie sind ja Jakob Bay katerikt mich grad im Bro Stars hast du das jetzt auch ja schon länger wie viele Pokis hast du da ja schon länger wie viele Pokis hast du da ja Jakob wie viele Pokis hab ich da ich weiß nicht was das sind Profäne halt aber ich glaub ich spiel ich spiel keine Pump weil ich hab so lange kein Pump mehr gespielt ich hab keine M weil ich die ganze Zeit lieber Tags spiel und so ne ach so der Tag ist ja echt auf reinkommen du glaub nicht was muss ich dir machen wirst du denn oder war grad irgendeine Mission was ich machen soll ne Flintnock let's go oh das ist so geil dass sie wieder drin ist echt also halt jetzt wo sie wieder neu reingekommen ist ich hab nicht mal ja jetzt hab ich ne Waffe ja klar nice wir wären ne normale ja oh ich komm nicht sorry ich kann nicht markieren hier wenn ich markieren will muss ich erstmal komplett vom Keyboard weggehen warte jetzt wieder kommt hier attack wenn du willst ja nehm ich nein neben mir liegt grad ein Blut ich weiß nicht ich weiß nicht wäre vielleicht für deine Hand auch eine Tag gut weil da musst du ja nicht weil das Schiedel Ding ist auch ne weil die andere Hand ist ja ok also auf LSMG ach so du tust mit der Giftshand äh ja das Gute ist nämlich meine meine linke Hand ist gebraucht 76 Pokale hab ich und Jörg dazu gezogen und der hat grad rosa gezogen oha als ob ja Kevin lässt mich ich lade ihm ein oder wir müssen ja kein sowas mit ihm spielen weil sonst ja so will das auch was ja nein wenn wir mit dem sowas kommen hä ich kann da nicht bauen wieso kann man da nicht bauen wenn man da runter will I don't know ist das neu epic ich hab jetzt Schaden wegen euch bekommen sag mal hier Anzeige ist raus freundlich lass die nächste Runde mal zu dem neuen Ort ich war da noch nie ah noch zu Sunny Sabubs ja können wir machen der ist ganz lustig ich war da noch nie lol ich wollte euch gar nicht rein weil ich wollte euch nicht rein also ich feiere ihn jetzt nicht Ultra aber er ist schon ganz lustig Digga 300 IQ Play elektrische andere die sind schule ja äh hä schon was war da los ja komm geil Ich muss kurz schauen, ob ich Whatsapp was reinbekommen habe. Whatsapp? Weil ich habe mein Handy nicht in der Arbeit. Ich lasse es immer zuhause. Wobei, ich habe es im Gericht genommen, aber ich habe es keinen. Was? Du hast doch gerade gesagt, du lasst dein Handy immer zuhause. Aber du bist ja zuhause. Ja, fast immer. Ja, ne, weil ich ja gerade im Krankenhaus war. Achso. Pfiff, da du sah. B, A, A, W, der Kuhschwanz. Warte, ich bin schon weg, ey. Ja. Was hast du da gemacht? Ich werde es selber reineditieren. Louis. Los. Los. Zum Glück habe ich mir nicht die andere Hand gebrochen, weil sonst könnte ich nicht mehr zocken. Weil dann an der Maus geht es nämlich schlecht. Wir brauchen keinen Vororten als Weltuntergang. Das ist ja ganz, ganz, ganz schlimm. Das ist ja ganz, ganz, ganz schlimm. Verreckbar, ja. Halleluja. Gnade Gott, dass du nicht... Das ist jetzt sogar... Äh, also es ist halt so... Äh, es ist... Mein anderer Ellenbogen auf der anderen Seite ist richtig aufgeschürft, also... Mal so, glaub... Vielleicht... Ich glaub, das ist so wie bei mir. Aber sonst... Kann es sein. Keine Ahnung. Hast du Schild dabei? Ich hab mich einfach selber umge... Hab's überlebt. Kann es sein, let's go. Äh, Schild. Äh, Mini hab ich dabei. Kannst du den mitnehmen, weil ich will Revolver mitnehmen. Ja, ich nehm. Nein, ich... Dann laden... Du kriegst noch... Nein. Ja, ich hab DJ Yonda... Aber man kann doch diesen... DJ Yonda auch so in Gold bekommen, ne? Was? Kann DJ Yonda doch auch so in Gold bekommen. Na, DJ Yonda... Ja, ich glaub bei den Zusatzherausforderungen, oder? Doch. Oder... Ach ja, stimmt. Ich weiß nicht. Ich glaub das ist bei Zusatzherausforderungen. Ja, aber die wüssten doch jetzt kommen, oder? Ja, die kommen jetzt dann. Kannst du die Minis mitnehmen? Äh, ne. Ich kann doch die Babys mitnehmen eigentlich. Ja, nein. Den BG hab ich dabei. Ach, den BG hast du dabei? Ja, warte. Ich hab noch einen BG für dich. Dann kann ich die Minis mitnehmen. Ja. Warte, da wo die Minis sind, kriege ich mitnehmen. Aber Flintnow ist so geil, wenn man in die Hand nimmt. Die ist jetzt einfach dreht. Nee. Äh, wie er markiert. Okay, nice. Dann hab ich den auch schonmal in... Der riesen Weiß da. Ja, da vorne ist ein Gegner. Ja, chill. Ah, ich kann nicht markieren. Ich loot hier. Ah, nein. Ja, der fährt nicht vom Hoverboard rum. Hast du eigentlich eine Sneaper? Nee, leider nicht. Das ist jemand. Bei mir close. Ja. Zwei Leute. Chill. Booty. Boah, boah, boah. Dagegen. Einer 150er Hits mit Trap. Ja, ich bin unterwegs. Ja, ich nicht. Ich komm mit... Boah, ey. Impulsis. Geh oben in den Background. Ich bin oben. Ich hab einen G-Break. Einer lockt. Der andere ist low. Big Trap. Hat er auch... Das sind noch welche. Ich hab den G-Break ultra low. Warte, ich muss mir kurz Minis gönnen. Digga, ich bin's einfach mit dem Verband. Das glaubst du nicht. Ich hab den grad so zerstört. Der ist neben uns. Der ist neben uns. Der ist bei mir. Der ist neben uns. Hier sind überall welche. Das ist noch mehr als so. Jetzt hast du was zum durchziehen. Äh, ne. Da vorne war. Weiter. Wo ist der Typ? Das ist Schloss mal hier. Der ist bei mir close. Ja, okay. Ich hab den verschossen. Mann, den hab ich vorher schon Trap-Hit gegeben. Aber dann ist er entkommen. Ganz schönes Ding. Ich bin einfach so schlecht. Der hat, der hat. Egal, egal, egal. Komm. Wir retzten und dann ziehen wir sowas von durch. Ah, danke. Das sind zwei B-G. Mini hab ich selber. Achso, ja, okay. Ich die beiden B-G's. Nein, hier. Ist auf deine Mini. Hier leg ne Baum, falls du willst. Ne, die Rata nenne ich aber. Achso, ja. Ne, ich nehm die grüne. Alles gut. Egal, ich hab einfach. Pass auf, da vorne sind auch noch welche. Ja, lass doch. Einfach abhauen. Abhauen. Jo. Hast du so einen Batman-Glider? Nein. Scheiße. Egal, dann lass einfach hier so ein bisschen weglaufen. Ja, ich geh hier aus. Äh, allein weil ich da vorne das Lagerfeuer noch brauche. Wir müssen in die Zone, ne. Jo. Watt lauf du schon mal Richtung Zone. Ich bin mit dem Batman-Glider ja richtig schnell. Ich komm danach. Alter, hab ich den einen weggelasert. Hab ich den einen, hat er genommen. Nichts getroffen. Und der Death geht dann, äh, 90er-Header. Und. Ob dies, wenn aus der Chest ein Chak-Chak rauskommt oder ein Slurfer, das ist ja so ehrenhaft. Ah, ein Bat-Kid. Das war nicht mal aus der Chest, sondern lag nebendran. Let's go, Digger. Ich hab Angst. Ich geh dann erstmal Pressure und zieh einfach nach hier hinten durch. Ach das. Ja, er kommt ja mit. Er hat ja diesen Bat-Light-Ding. Er hat gesagt, ich geh schon, als ob ich schon mal in die Zone gehen soll. Junge, das war grad so wie das Schwitze. Ehe. Aber wir haben sie zerstört. Ja. Ey, bei mir wird nur angezeigt, dass wir nur einen Kill haben. Okay, wir haben, wenn ich jetzt hier... Egal, die machen da richtig krassen Warfight und wir ziehen. Besser ist. Ja, und da kann man dann sehen irgendwie, wieviel Ding man hat. Eben, nein. Ui. Ich bin gleich Pressure angekommen. Okay. Warum können wir mit Kevin nicht reden? Vielleicht kann er nicht reden. Ich hab den... Achso, ja, ich hab den gar nicht mehr frei genommen. Ich hab... Erwitt, hallo? Hallo. Ah, moin. Kevin, ich hab meine Speiche durchgebrochen. Hab ich grad rausgefunden. Ja, die Granate war zu stark. Kann ich nicht einladen. Wen willst du einladen? LTP Jägermeister. Ach, den da. Jägermeister. Ja, hau ab. Nur ein Ding. Ich hab nur noch ein so'n Ding in dem Co-Air-Platt holen. Ich nehm mal die Teagle da vorne mit. Ja, wo's denn die denn alle? Oh, dann kann ich voll den geilen Trickshot machen. Ja, wobei der hinten im Schrott riss mit. Junge! Ich hab... Ja, warum lädt Kevin mich jetzt ein? Was ist mit dem denn los? Der war doch grad noch in der Lobby drin. Ja, ja. Also, ja, dann lass mal... Warst du ein Mad-Kid oder so? Ob das böse Fallschaden bekommen? Ja, lass mal zu dem Loot Drop da vorne fliegen. Also, ich brauch's nicht mehr als Mission, aber Loot Drops ist immer gut. Oh, da sind's welche. Ah, ne, ist ohne selbst alle. Ne, da dacht ich wären welche. LoL, egal, was war da für Fight. Hey, lass halt da hinten zu dem gehen, wär doch viel schlauer, oder? Da, 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 beim Loot Drop. Komm, wir landen auf dem Berg, dann haben wir High Ground, dann können die weglasern. Auf einem Berg. Ja, auf dem Berg fahren, auf dem Turm meine ich. Ich komm nicht ganz nach auf dem Turm, aber... Bisschen auf dem Turm. Wir bauen unten ab, der baut unten ab. Dave, komm runter. Echt? Ja, der baut unten ab. Der ist einfach so. Ach so, sorry. Egal. Ich schmeiß hier mal ein Ding rein, im Schradliss. Der ganze Turm geht jetzt kaputt. Ui, 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 ui. LoL, Digga, da kommt immer so krassen Loot, der ganze... so krasser Loot runter. Ist doch mehr. Nein, ist dein Maid. Digga. Ach, das gibt's noch mehr. Warte, ich kann den Slurper da... Ach, du hast den schon getroffen. Ich auch mit dem Spiegel. Äh, von wo? Ach, von oben? Ach, das sind wieder mehrere Gegner. Ich hab nen Jump, jetzt willst du damit durchziehen. Jaja, lass mal durchziehen. Ich bin weg. Oh, ich hab's grad noch bekommen, Alter. Lass mal zum Reboot, wenn der Wunder echt gerebootet kommt. Wir klappen, wir klappen, wir, oder? Der ist ja low. Ja, weil der muss... Habt ihr einen knockt? Habt ihr einen knockt? Hatschip-Rack. Nice. Weiß, da sind noch welche. Der Typ hat mir grad anders abgestoppt. Alter hat der mir... Der hat mir ne 5000 IQ-Rocket reingedrückt. Ich hab's gesehen. Mir will das ja jetzt auch ein... Ich geh kurz zum Lagerfeuer. Ah! Ich geh mir kurz leidchen, ne? Bist du... Okay, du bist unter mir. Alter, warum hat der einen Rocket Launcher? Heiter mir nicht nen Trickshot geben können, so. Das wär viel cooler gewesen. Oh, redstone. Das ist ein Scheiß. Ey, pass auf wir müssen halten. Ich baue mal mit mir, halt das halt. Ach, ich krieg da gar kein Heal! Die Push. Wir müssen sauen, ey. Pass auf. Och Junge, hätte er da jetzt die Rocket eingeballert. Hattes 2 in Schmack, ja? Hattes 2 in Schmack, ja? Wie viel Damage macht der denn mit der Shotgun? Aber ich kann mit der Schmack nicht fest. Ich bin egal, die Team. Wir haben die Team. Es waren noch drei Leute, oder? Ist so, ja, aber ich glaub, die Einwalt, die auch grad kill, weil die beim Typen und Werner waren dann hinter denen. Da spielen wir grad aus Versehen. Das ist Gott, weil sie wie Backt oder so. Alter, man kann sie gar nicht gescheitert mit der Schmack. Wer ist Linus? Das ist... Mal, ich, du Gott, ja, online. Da war ich rein. Auf, war ich, ja. Wer ist der Mülleimer-TV? Die Jagd hat so heißt, ein Omni-Mülleimer-TV. Geil. Du hast bei diesen Skin. Du hast bei diesen Skin. Jetzt machen wir mal das Wetter hier. Zack, 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 zack. Was nehm ich, was nehm ich? Ich brauch schnell, schnell, schnell. Hab kein Stein mehr gehabt. Doch. Könnt ihr dann zu uns kommen? Ich kann euch nicht einladen, hat Kevin geschrieben. Ach so, ja, dann lasst du ihn join, oder? Ja. Nein, lass noch weiter. Lass die Runde noch zocken. Und das so. Weißt du, so, wenn ich jetzt hier zum Beispiel in der Startinsel bin, spiele ich Papp und Zock halt jeden Schoß oder so. Und zum Beispiel jetzt bei dem, wenn der sich bewegt, schau, schack, schack. Und dann, wenn ich normal bin, treffe ich gar nichts mehr. Ja, das ist richtig. Das ist bei mir auch voll so irgendwie. So, wenn es irgendwie wichtig ist in der Arena oder so, treffe ich immer gar nichts. Ja, hier ein Mod bei mir gerade am Start. Ja, jetzt kommt's da nicht, ne? Wie schlecht muss mein Aim sein, wenn ich sogar hier nichts treffe? Oh. Okay, Vettel. Oder? Oder wo gehst du hin? Ja, das Schöte. Ja, der vier ist. Ja. Ich führ mir da hoch. Cool. Na, wir wollten ja noch so an die Starbots herlassen. Jetzt ist es bald. Ich bin aus aus dem Rost gesprungen. Ja, ist doch egal. Oder ist es geschafft? Ja, ich bin echt gut. Ja, aber die Tasten klemmen doch gar nicht, Jakob. Die Tasten. Hä, was war mit denen? Die Seiten-Tasten oder? Ne, die zwei. Die Tasten. Die Tasten. Die Tasten. Die Tasten. Die Tasten. Die Tasten. Unsere Welt geht unter, Dave. Ja, warum? Guck mal aus dem Fenster raus. Du siehst das jetzt nicht so, Digga. Ist das ja schlimm. Du bist schon gelandet, Juli. Ich flieg einfach noch. Lol. Aber ich, wo soll ich landen? Ich hab keine Waffen. Ich hab einen genockt. Mit einer Granate. Mit einer Red-Granate. Ah, Lol. Wir müssen sprechen. Ich hab keine Waffe. Ich hab nur eine AK. Ja, ich bin bloß. Ich hab mich selber in die Luft gejagt. Okay. Das ist doch nicht so ein geiler Ort, wie gedacht. In der Außen gibt's halt diese Sterne, die kannst du eins haben und da dropp'n'n'Riner-Waffe. Ich weiß. Hey! Bösser Junge. Das hat die Mami beigebracht. Das ist ein anderer Mami. Jetzt kleb' ich alle weg, weil ich jetz... Was auch das, denn Set. Ne, jetzt mach ich noch mehr so schnell raus. Ocha! Digga, wenn die Dämmung kommt, wie die Hälte füttelt. Ah! Willst du die Scheiße noch überall hinbauen, oder? Faut ich bei der Sepa runter, oder? Ja, schau ja wieder. Ja, ich hör den Regen. Ja, ich hör den Regen zu hart rein. Deine Karte, fuck. Die haben schon vergessen. Oh, fuck, geil. War K, Digga. Hol mal den Stern da, vielleicht kriegst du einen waldenden Ratter raus. Oh, ich hab nicht mal den Kill für den einen bekommen, der wurde wieder gereizt. Ah! Ah! Der startet auf einmal hinter dir und hat nix gemacht. Okay, dann lass mal Kevin joinen, oder? Ich bin so schlecht, Alter. Ich weiß nicht, was das da los soll. Ich hab Kevin nicht als Freund. Aber ich kann Jägermeister beitreten. Aber die sind grad in ne Runde rein. Ja, egal, die leften, oder? Könnt die leften. Nein. Äh, gleich, gleich. Äh, wir sind echt tot. Wir sind echt tot. Wir sind echt tot. Wir spielen nur den Faden Colts. Ach, ja. Digga, er colic. Also Nummer eins ist ja, äh, doch, Nummer eins ist schon tot. Digga. Du könnt jetzt leften. Warte. Ich bin noch nicht tot. Jetzt leften doch. Ich bin noch nicht tot. Jetzt leften doch. Ja, ich warte. Ich sag mal, wie das Streaming war. Sorry Leute, ich weiß, dass du streamst, aber... Wenn ich jetzt die Runde noch gewinne. Was? Wer is. Aaah, minigun! igun! Wenn kleiner geht gleich aus, mach es jetzt. Okay, gleich so. Ich glaube, die kieß kieß ist hier wohl ein Männer. Du könnt jetzt leften. Raid, aber die raus proben. Hätte gar ja eh schon geläftet. Trau ich. Weiß es nicht. Leftet doch jetzt mal. Ah! Jawohl! Warum tust du keine Freundschaft an Fragen annehmen? Ich denke, ich habe eh alle. Okay, wir spielen jetzt Squat. GG! Was? Was war das? Wir spielen jetzt Squat. Ja. Verkauft ein FFA. Dies ist der Bode, wir haben ja. Der Skin schaut so cringe aus. Ja, mein Fußballer schaut so cringe aus. Was ist denn hier? Ja. Kommst du jetzt mal raus, Kevin? Ist dein Internet weg? Oh, du weißt es nicht. Er hat auch gar keine Levelzeit gedacht. Oh, vier Stunden langsatz. Vier Stunden langsatz. Okay, wollen wir ein Ding mal probieren? Gruppen-FFA. Genau, die FFA-Anführung. Uh, ah ne, Jägermeister. Da, Jäger-Meister. Das tue ich. Was machst du Gruppen-FFA? Ich weiß nicht, Alter, Freunde. Mach doch! Was? Gruppen-FFA. Ach so. Welche, äh ja. Suche nach Updates. Punkt, Punkt, Punkt. Ein guter Controller. Team 2 2 0 Where's just Ehh Die 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 I lost Ich kriege so einen Copy, weil ich es morgen kippt, ich bin ja gar nicht zu sehen. Wo ist die? Die auch, das darf ich nicht. Komm, 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 komm. Das ist die Brache. Wieso habt ihr einen LTP-Clan, der... egal, wahrscheinlich. Habt ihr zwei Kleine? Was? Warum habt ihr zwei Kleine? Zwei LTP-Kanäle. Hä? Wir haben... wir waren mal Karma-Clan und jetzt sind noch... Wir dürfen bisher ein LTP-Clan und dann steht dann noch einer mit noch ein LTP-Clan. Junge, ich bin... Dann noch einer, dann noch einer, dann noch einer. Das ist ein LTP-Clan, Digga. Ja. Hier sind halt alle Nachbarn, weißt du? Nein, ich liebe dir, Digga. Hallo, Digga. Ich bin so los. Hoffentlich sieht man das auch nicht. Scheiße. Ja, ich meine, ich spiele mit einer Schiene. Da kann man auch nicht so viel von mir erwarten, hier. Ah, hey. War ich ab. Ja, ich bin so los. Ich bin so los. Wenn ich den findes. Believe ich ihn so los. Also, danke. War ich ab- Komm und plane mal mit bugs. m jetzt kannst du auch mal lief erweitert drüben die leistung über die solche leistung mit ob es ja war der typ hatte der europäische die wir dann eine der kommt ab mussten mussten pro bloß produkte ist auf ob es eingeben hat er hat sich aber alle deine videos Ok, du hast eh nur ein Video und das ist von mir aber Ja, 30 Aufrufe Ich bin Fame, Alder Vor allem, ich weiß halt eh niemand, dass das von mir ist Aber ich schmeiß die Erde in die Granaten Was ist er denn für einer und der hat mich gekillt Digga, meine Axten frieren hier ein Kannst dich mal hier einheizen oder was? Digga, was für ein Der arme Gegner, er hat genau in dem Moment editiert Und deswegen ist die Granate reingeflogen Jetzt könnt ihr mal schneller machen hier Sag mal, wacht mal hin jetzt Den kill ich nächste Runde Nee, den kill ich in der vierten Runde Auf Ansage Sag mal, ob ich ihn in Spotify Music rein tun kann, aber ich glaub nicht Kompon Bad guy Livestream Livestream Music Geil, hab ich geile Musik dann Hacke, du musst eh Gaming Music auf Spotify eingeben und dann Da kommt's mal geile Lieder Junge, ich bekomm Ich steh einmal zwei Sekunden ruhig da und schumpf ich wieder mit dem größten Laser Das war ich Das war ich, Alter Das war ich, Alter Ich wollt grad sagen, Alter, den Typen hab ich aber krass nicht gelasert Junge, das ist nimmer normal Das ist so viel Leute Das ist aber... Scheiße Das ist so fett abgeschafft, hab ich auch noch nie mehr jemanden Ja, Digga, wahrscheinlich Ja, Digga, wahrscheinlich Ja, Digga, wahrscheinlich Digga Digga Ich hab, äh, Dave, wo du, weil du da in meinem Video hier reingeschnitten hast Hm, 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 hm Was kam denn? Was kam denn? Ich steh, äh, nicht so super in meinem Video reingeschnitten So, ins Erste oder welches? Ja Alter, ich hab'n Typ insgesamt schon fünf Meter Tapet abgeschrieben Nehm einen los Alter Naja Alter, der hat so viel Lidl, der Junge Ich such' gar Dinge geile Schild Und Gebeck Diggaal, stell dir einfach am humor Komm und flieh mit mir Komm und flieh mit mir Komm und flieh mit mir Los Nico Und die Geier nur auf mich, die gehen gar nicht auf Hey, kann es sein, dass die Teamen Ja Ja So, ein Ding ist das He, outplayed Es ist, ob der auch keine Air Moon hatte Was ist bei dem denn falsch, Radha Ben Ich tu doch nur mein Inventar sortieren Wie heißt er euch nochmal, Marcel auf YouTube Raceclan oder so Oder hat er sich umgenannt, keine Ahnung Das war der aber vorher, Arne nicht mal Ach Bro, den hab ich vorgegeben, den hab ich vorher schon gefeiert, aber erst weggeraten Raceclan, guck mal Oder, ne der hat sich glaub ich umgenannt, oder? Mh mh Da oder nein Aber es fragt auch gerade, dass so 5000 Spieler immer Ja, ich hab nämlich grad den Link von Nicos YouTube Kanal in die Beschreibung gepackt Ja Von dem Stream Nein, von seinem Account Als der YouTube Channel Ja, aber kannst du in den Stream eine Beschreibung packen? Ja Lol Und das Selfie kommt hinter dir Oh, lol Über mir ist einer Er hat die jedoch Geil, er ist in meine Falle reingelaufen, der Bot Einfisch hast du dich, okay? Okay, schade ich hätte ihn grad so schon auf dich schießen können Bei mir ist grad die Führung Oh mein, mein Aim, ich, ich bin der schlechteste Ach du warst das Bro Ich so, ich hab hier nicht, ich hab heute einfach Mein Aim ist einfach heute schlecht Mein Aim ist einfach heute so schlecht mein game also kevin hat geschrieben mein game ist gecrasht mein game ist gecrasht nur kommen nicht mehr rein er kommt ins ford nicht mehr rein wahrscheinlich ist der er hat halt einfach nicht gehabt scheiße geil der stückte der luft also das überlebt wenn ich jungs wollte meinen fels käme sehen dann lasst ein like und ein abo da bei 20 2020 abonnenten konnten zeigen wie wir unser gesicht da gebe ich dir recht ja genau ich werde ja noch vor den start hier in 103 drei jahre hübscher haben wahrscheinlich war nein digga ist bock nein 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 ich fühl mich so verarscht können wir please nach dir danach kommt irgendeiner kriegt jetzt von euch eine sniper schelle ich hab gerade eine schottkampfschelle kassiert aber der stirbt hoffentlich noch an der zone der junge ja digga ihr habt chumper geflaset ja da lagst du ich habe die chumper drauf nice ein finger läuft durch die luft die teamen halt echt die teamen einfach ein schwad digga ehrenlos so weg lasern komm 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 mit der smg drauf schieß einfach alle runter alle runter schießt ja nein ich hab keinen bock mit der eine olle mit der elite den sie zu treten ja nicht getötet ja naja las schritten oder ach man kann man liefen ja oder nein das ist egal dann klatschliefer und spiel er hat gern als korte oder trios arena nirgermeister als wort ich hätte was wort dann machen wir nochmals er ist auch gleich wieder ich bin kurz ein jungen kurz ganze runde 3 Jungs ich bin wieder da FD Jungs ich muss noch mal weg Jungs ich bin wieder da der Städte es kann ein Baupettler auch kurze Scheiße muss weg also steht bleibt er auch so leidigt Bruder äh wir richten mitten im Baufeld egal ich muss jetzt wissen nicht das geht aber auch vorrangig spielt Kontrolle ok aber tut es richtig ich weiß nicht mehr wie bei Braut aber ok Wand und Treppe das ist jetzt wichtigste eigentlich mein Bauen das heißt eigentlich der LTP klar auf YouTube sowas hat er als ich bin ich und ja und ich und er ging was er ist in die einzigen ja und wie heißt er also meiner weißt du ja oder nein glaube ich großes L ja also LTP groß ja äh und dann großes S also Skills und dann Leerzeichen und äh großes und groß YouTube also äh die abkürzung JT halt aber ich weiß nicht ob du mich da findest aber ich weiß nicht ob du mich da findest hab ich dir nein ich hab äh inzwischen LTP muss noch eine äh unterstrich was was unter dem äh na ach so stimmt er und äh ich bin grad los großes LTP unterstrich Skills kein YouTube dahinter äh also ich bin wieder da kein YouTube dahinter ich war grad auf mein Fortnite Name das glaub ich ich in der Zeit ist er hat er wird er wird okay er hat mich kann halt nicht mal mein Herz und mich jetzt abonniert und das Ziel einstatt wir haben zwölf Abonnenten Jakob noch 8 da müssen wir unser Gesicht zeichen er erzählt ich zeig mal jetzt nicht mehr ich bin ich zu dem YouTube-Kanal das ist ein langjähriger bei wem läuft grad im Hintergrund Billy Eilish wer ist das wo da Ding an hat hinten im Hintergrund er hat bei uns in der Schule gibt so einen Typen der auch so jedes Mal seine Box mitnimmt und immer in der Klasse komplett im Sekunde hochdreht aber wirklich so ja das sage ich schon alle Dinger der darf es nicht machen aber dann tut er auch die ganzen Mim-Lieder raus in welcher Klasse bist du? ich bin jetzt PTS ich bin jetzt 9. Stuhlstufe ah ok also sagt jetzt das schon bei euch ist das ja anders als in Deutschland kann sein, Digga Marcel ist in der zweiten ja ich bin jetzt ich hab nächstes Jahr hab ich meine Lehre läuft im Hintergrund Billy Eilish macht das aus das ist äh Ding Copyright Musik bei Willi ich höre das gar nichts kann sein dass es bei deinem Bruder oder so anhört wahrscheinlich schon irgendwie ich höre ich von irgendjemand Billy Eilish stimmt so DI-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü IoT Ich höre nichts. Ich höre nichts. Ich höre nichts. Jakob, hörst du hier so laut Musik? Jetzt ist es wieder weg. What? Was ist gar nicht los? Das Game ist so trash. Wieso seid ihr alle schon wieder tot, man? Ne, ich mach das. 1 und 3 ging drauf. Geht doch nicht. Ey, da vorne waren Bandys da bei der einen, in Chest bei der Station. Ja, jetzt ist er aber auch da. Bei der, in Wälder Station. Bei der Chest da. Können wir zu nem Loot Drop fliegen, wenn das geht? Weil dann tue ich da diese, diese Batmorangs den klatschen. Ja, ziehst du eben rein? Ach so, wir werden den Busch nehmen rein. Ja ne, aber wenn wir einen finden, können wir ja hinrufen. Ich hab ne Bullsnipe. Dave, du weißt, was das bedeutet. Oh, Padi geht wieder los. Padi hopp, Padi hopp, ich mach mir ne Schnitte. Padi hopp, Padi hopp, ich mach mir ne Schnitte. Denn ich fände mit der Gänse. Huch! Geht's aber ab. Ich freu' ich mir Geschminkt ins Padi noch, da bin ich überall bekannt. Padi hopp, Padi hopp. Kann irgendjemanden Slurp mitnehmen, oder soll ich mir den reingeben? Äh, ja, ich könnten euch mitnehmen, wenn du... Steinpistel! Aber ich nehm's nicht mit. Für dich, Dave, wenn du sie haben willst. Äh... Ne, ich kann jetzt eher auch nicht... Bist du eigentlich gelandet, Jäger? Ja, ich bin Afghanistan, wenn ich überhaupt nicht. Ist das ne Blu-Pump? Ja. Ey, wenn ne grüne Pump. Ohne Deigel, die nehm ich gern mit. Pamp-Digel bin ich ne Maschine, oder liegt ne goldene Deigel? Ich spiel jetzt ohne, er... Dass ich was anders greift. Pamp-Digel bin ich eine Maschine, oder liegt ne goldene Deigel? Zum Wudel. Also ich lieg schon mal in die Zone. Äh, da irgendwo... Bin ich blind? Ja, ich weiß schon. Hä? Bin ich vollkommen beschwiert? Bin ich ganz halt beschwiert? Bäh... 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 Oder waren welche bei Tomato? Wunderbar und topeliert und wundervolliert. Ich weiß nicht. Hä? Wir haben halt so ne jüngere Lehrerin... Mag mal. Oder oft. Kommt ihr auch in die Zone. Und äh, wir haben gefragt, ob wir Rap hören dürfen, ne? Oder halt... Wir haben halt gefragt, was sie so hört. Sie so, eigentlich bloß Rap, ne? Und dann haben wir einfach mal unterricht mehr Rap gehört. Perfekt. Ist das so geil? Ach, sie heißt Moped-Chan? Weißt du was das? Moped? Ja, ich weiß wie dein Moped ausschaut. Moped? Ja, ja. Wirst du... Macht es überhaupt den Moped-Chan? Ne, ich mach Moped-Chan, glaub nicht. Oh, keine Ahnung. Wo ich die immer mache. Wenn ich mich da einmal hinfotzt, bin ich halb tot. Da ist das kleine Fahrrad... Ja, aber nicht so gut. Ich geh gleich mal... ...hier ins Rift. Wissen mal, kaum die Zone kommt, ne? Hier liegt ein... Hier liegt ein Moped, ne? Bei der... Ja... Warte, da. Ohne, ich mach Kidi. Ja... Ich geh gleich... Ich geh hier... Blut-Leggen-Shriftman... ...hauty-Wantest, ne? Ich geh schon nach Schriftness, ne? Kommt ihr mit? Ja, ich warte bis... Ich geh auf Tiltedberg... Tiltedberg, okay? Dann snipe ich bisschen nach unten rein. Weil es irgendwo jemand ist. Okay. Überall sind diese... Lichter von... Von... Dingen da... Von... Der Polizei... Da unten im... Goblin. Okay, ich seh einen Gegner. Bei mir sitzt einer! Mayday! 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 Mayday ist unterwegs! Unterwegs! Du hast mehr Leben als ich! Ist der close, oder? Ja, er hat 100 Leben weg. Oh ja. Seit der Welt, ne? Ich geh auf den Welt, der war hoch! Aber er fällt halt von irgendwo jemand doch auf mich. Ja, den push ich jetzt! Den push ich jetzt! Hey, er ist jetzt ganz woanders! Oh, der hat White! Hab einen 10 Fallschaden! Nice! Junge, jetzt nervt doch mich hier! Ich muss den einen, der durch ist! Wo ist denn der hin? Oh, der ist abgehauen! Egal! Ich helfe dir! Digga! Digga! Übertreib dich! Ich kann! Dieses Skill Matchmaking geh dir einfach raus zu! Dieses Skill Matchmaking Digga, aber ich brauch... So hart! Ich brauch deine Hilfe! So! Digga! Ich bin in Afghanistan, Digga! Es ist einfach so schlimm! Man kann keine Kills mehr machen! Man kommt, wird bloß von so scheiß Wettern! Einfach nur... Jetzt hab ich die Sniper! Ich zerstör dir jetzt alle! Nee! Ich hoff's dir, Dave! Aber kannst du meine Karte holen! Ich hab nichts! Aber woher gibt's hier denn jetzt viel zum rausgeben? Kannst du... Kannst du hoch zum Berg fliegen? Ja, ja! Ich versuch! Ja, und dann... Halt dich jetzt eine Eier! Ich könnte alles so runter! Digga! Digga! Schieß die runter! Schieß die runter! Ich hab keine Eier! Bei mir ist die Eier schlecht! Hol einfach meine Karte und zieh nach Schiffnis durch! Nimm mir die Pump mit! Nimm die grüne Pump mit! Da liegt eine grüne Pump! Einer von euch schon eine grüne Pump mit! Der Kleider redeployed! Vergiss einer! Dave, dann probieren die sie! Ja, ich will nicht sagen, aber ich bin leicht low! Also, leicht! Ah, einer ist doch! Schön, äh... Wollen wir irgendwie durchziehen oder so? Ja, fliegt der weg, Dave! Du kannst! Ich zieh durch und geh und hol durch! Ja! Ja, geil, ne? Da gibt mir direkt nen Headshot für mich! Völlig gut! Ey, kannst du mich in Golden City runterholen? Weil die können die von da nicht sehen! Backente13 hat mich geholt! Ich geb meine Karriere auf! Die kommen! Das ist... Ja! Ihr merkt das nicht, wenn du mich da hinten rebootest! Krieg ich dann die Tag, danke! Ja, aber eine Karte kriegt ihr dann nicht mehr, oder? Ich glaub nicht! Wir können's probieren! Krieg ich die Bullsnipe! Ja, bei mir ist grad WLAN-Zeichen mit roten Kreuz und zwölf hoch! Ihr könnt ihr euch... Kann sich dann einer hochbauen und schauen, ob er meine Karte noch bekommt! Weil ihr könnt ja ja fliegen! Ja! Krieg ich die Bullsnipe? Please! Was? Na, was? Die Snipe von dir! Ihr habt halt nur noch 30 Sekunden, also ist... Sehr ganz nice, wenn ihr euch... Ja, wir probieren's! Ich kann dir aber nicht viel versprechen Dave! Okay, ich komm Dave! Das reicht, glaube ich, das reicht! 80 Sekunden, Digga! Ja, du hast die noch! Nein, der nicht! Jetzt... vielleicht noch... Ach Bro, das ist so lächerlich! Ford, der macht seit 5 Sekunden länger! Ja! Ich muss erstmal zu Jack kommen! Könnt ihr ja erstmal Frühschild, oder? Naja, ich... ich komm erstmal! Hinter oben hab ich noch Gegner? Ja, ich glaub schon! Bei mir ist jemand! Bei mir! Bei mir! Der merkt ja gar nicht, dass du da drin holst! Ja! Digga, guck mal Dave! Schon mit Zug fliegt! Schon mit Zug fliegt! Schon mit Zug! Digga! Und die sind alle so stark, Mann! Und wenn nicht mit meinem Verband... Ich hab gar nicht... ...draus mehr, Digga! Ich hab gar nichts draus mehr, Digga! Wie geht das? Wahrscheinlich! Okay, bestematch, wenn ich mir... ...beine raus... Irgendwie, wenn ich Solo spiele, sind die Gegner nicht mal so gut... ...die ich manche verloren... ...aber... ... der wird ein ganzes Mal... ...macht mit meinem Gruppmannführer... ...ma, ich bin Kostler 1146... ...und... 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 ...wär ich wieder 28! Nein! Count to 11 146! Du bist schon irgendwie 400... ...kannst sein! Hä? Ihr seid einfach schon in der Runde und ich noch nicht! Ich steh noch in der Lobby! Lol! Ihr könnt ihr leften! Was? Vielleicht kommst du doch noch rein, oder? M-m-m... Manchmal... Okay... Jetzt haut's... Kann sein, dass mich jetzt... ...ein von der... ...warte, ich mach wieder... Kommst du raus? Ja! Ja! ...ja! Wie ist das Wetter bei euch, äh... Michi? Ja, bei uns hat es schon in der Früh so richtig viel geregnet, jetzt scheint die Sonne, keine Ahnung. Bei uns ist Weltuntergang. Was? Bei uns ist Weltuntergang. Ja. Das ist so gefühlt. Bei uns tut es so hart. Recht. Über mein Haus ist es mal schön und dann überall noch rum ist es dunkel. Ich glaube ich zock nach dir und dann mach ich das Schwimmen aus. Es ist safe wenn ich das Schwimmen aus, dass wir rausieren so richtig hart. Ja. Wo ist das Schwimmen? Ja, ich schwimmen gerade. Wo ist das Schwimmen? Ja, auf meinem Account. Welche Plattform? Gaming. Achso, PC. PC. Ja, wieso? Du weißt doch, dass ich PC zock. Wo ist der Stream? Ihr soll sich gerade streamen auf einer Plattform, oder? Ja, auf PC. Ja, aber ich meine, auf welcher App? Also YouTube oder? Achso, OBS und YouTube halt. Ich bin müde. Ich habe nicht angezeigt, dass ich streamen habe. Ich bin müde. Ich habe nicht angezeigt, dass ich streamen habe. Vielleicht bist du auf dem falschen, oder? Nein, nein. Nein, nein. Bei der Abos. Man kann irgendwie Community hier. Weil ich kann dich jetzt benachrichtigen, glaube ich irgendwie. Da, da? Da, jetzt! Du bist. Na. Heftig, jetzt bin ich im Stream. So halb, halb. Na, jetzt kannst du mir zugucken, wie ich spiele. Sind ja Gegner mitgekommen. Ich habe nicht geguckt. Ich bin mir gerade, ähm, Arena. Nein. Nein. Nein, warum? Ich habe gerade irgendwie von Holz so 50 Metz bekommen. Weil es eigentlich ein Arena-Luke ist. Achso. Aber das wäre geil, wenn die das normale, normale auch wieder so gemacht hätten. Ja. Ja, ne, schreck normal viel. Sind welche mitgekommen eigentlich? Weiß nicht. Ich habe nicht geschaut. Aber ich hoffe mal. Aber ich glaube, wenn es sowieso ausschaut, nicht. Okay. Das wäre ein Problem. Ja, wer ist jetzt noch in dem Game? Das wäre so geil. Naja, wobei. Aber die hat das Game schon ein bisschen schlechter gemacht, finde ich. Ja, weil so viele... Da hat jeder halt so über 50. Da hat jeder halt so über 50. es ist aber normale Pumpe so schlecht ja ja ich hab Sawpacks oder so, wäre geil wenn ihr alle herkommt komm du zu uns? ja wirklich? ach so du bist da, Dave ist doch beim Steinbruch Alter, wo kommt der? ich bin unterwegs tänzeln aber ich will den nicht da 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 ich suche das mit dem dänzen, ich kenn den gar nicht hallo den hab ich noch nie gesehen ey, warte ich hab noch nen Mini-Fill, der ich helfe ey, mach den Tanz nochmal lol kann sein, dass man den, beim Zora-Skin bekommt nein, nein, da waren wir, ich hoffe war glaube ich jetzt zweimal oder so erst mal erst mal ja ja da war ja was ja, da war noch was hat irgendjemand nen Jump-Lad? oder so? naja, aber ein Lager-Fill, ja lass mal in die Zone gehen ich hab halt nicht mal ne Schottgang gefunden ich hab eine blaue Bram na wo? ich hab eine ich hab eine ach so wir haben eine jetzt dann ja, gerne ich hab noch nicht eingeladen wer kämen kannst du ja längst mitnehmen ich will hast du hast du ein ich habe 13 ich kann dir schon ein bisschen was geben warte mal komm erst mal hier dann lass die saufze rr nein jetzt habe ich den einen unendlich genommen er warte hier ist ein paar wir haben zu baufeiten kommst du mal der baufeiter nein aber der kürzer ausschaut ich bin er wisse und das stelle fettig ob es der luke ich sehe alles gut ja wo alle aber kommst du ein allergabend ist gespielt er ist der traur ja warte ich zu wieder grün vom länden ausmachen weil ich glaube das ist schon nicht so geil aus dem stream geht was nein das nicht ja tschau tschau ah da ist ein dicki hat jemand vielleicht sniper munition ja warte hier lag grad was auch nicht so viel ich brauche meine zelle sorry die fliege ist dann auch nur ein terrorbot meins digga so und leg ist es ich bin schneller nein nein ich habe nicht mal den shotgun Ah, davor, da sind Gegner. Wo? Ah, ich kann ja nicht checkmackieren da. Kommt zu euch, Boodies! Wo ist das Hauerboot? Hä? Mein Hauerboot ist weg! Oh lol, das ist da weggeglitscht. Habt ihr beide ne Shotgun? Ja, ne graue Tech. Okay. Dann könnten wir den eigentlich pushen. Oder ich weiß nicht, ob der alleine ist oder nicht. Ich hab grad da die ganze Zeit das Hauerboot gehört. Ja, ich hab irgendwie mal hochsteckt, als unendlich ist es. Ah, da liegt ein Attack. Ja. Ja. Also Jungs, ich muss jetzt den Stream beenden. Jo und ciao.